Wenn etwas viral geht, dann sollte man tatsächlich ein bisschen aufpassen, denn dann hat man irgendwas in die Welt gesetzt, was sehr, sehr viral gegangen ist. Und das nächste Spiel geht auch viral, denn es heißt Gone Viral. Und herzlich willkommen bei ePlay Live am Samstag in unserem Streaming Marathon täglich live hier bei uns. So, ich gehe mal ganz kurz rein und schaue mir mal kurz alles an, ob alles in Ordnung ist. Annehmen. Hast du jetzt... Ist das jetzt geändert oder nicht? Nein. So. Ähm, wir sollen mit Steuerung mit Dings spielen, aber jetzt mal gucken. Ähm, doch, ich möchte ganz kurz die Steuerung sehen. VHSD. Ähm, schauen mit den Pfeiltasten. Rechts angreifen. EQ, okay. Okay, ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Sag ich jetzt, ich brauche das nicht. Ich brauche die einzelnen Sachen nicht. Nein, nein, nein. Brauche ich nicht. Nein, nein. Das finden wir schon. Kriegen wir schon hin. Gone Viral. Ähm. Sind wir mal gespannt, was uns hier so erwartet. Wir können uns... ...bewegen mit VHSD. Okay, ich glaube, das sollte ganz klar sein, wir können mit Space daschen. Und können hier... ...so springen. Okay. Ein Schockschwert. Okay. 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 Das ist ja nicht... ok ziel erreicht weiter geht es durch eine türe die hier irgendwo ist die türe ist eine hebebühne ok fangen wir an also es ist tatsächlich mann gegen mann so ungefähr es ist so ein tv spektakel so es ist halt alles inszeniert aber es ist es hier wahrscheinlich nicht okay los geht's ich weiß den kumpel ist der beste freund ok hola Geld und Schlüssel. Fernschuss oder Kapazität? Fernschuss. Zurück. Leichtgewicht Händler Outfit. Schnelle Füße. Was? Zu teuer. Ähm, schnelle Füße. Ist alles so teuer, ne? Ach, ich habe hier auch Geld ausgegeben, ne? Wo muss ich denn hin? Was ist jetzt hier? Ja, das geht. Okay. Okay, da komme ich nicht durch. Okay. Aua, ui, diese Kugel ist aber gefährlich. Okay, da komme ich nicht durch. Okay. 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 Ich habe hier Bomben. Muss ich hier mal gucken, ob ich hier irgendwas brauche. Halbherzig. Okay, nehme ich gerne. Willst du mir jetzt hier eine Schlüssel holen? Yes, klappt. Entsprechend. Toast. 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 Okay. Multi-Kill. Robe complete! Okay. Bus-Kill. Bus-Kill. Robe complete! Gladiator versus the Bombardier. Oh. Oh, shit. Multi-Kill! Wow. Multi-Kill. Man muss ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Get him coming! Okay. Oh, nee. Zurück. Hier ist wieder was. Die Münze. Oh, ne? Oh, Vorsicht. Die Münze. 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 Oh, ja. Chainsaws sind... ...not gut. Okay. Jetzt können wir uns... ...s kaufen. Rüstung wäre ganz geil. Rüstung wäre ganz geil. Rüstung wäre ganz geil. Oh, der meint ihr weg. 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 Oh, die weint ihr weg. Gar nicht gesehen. Multi-Kill. Sieht aber... Ah, ich bin gleich todede. Ich habe es mir gedacht, ich habe es schon geahnt, aber es ist ein interessantes Spiel auf jeden Fall, was man sich, falls man natürlich entsprechend sowas mag, gerne spielen kann. Ich mag sowas auch so ein bisschen, kann es aber sowas nicht immer so ganz. So, das war das fürs erste Gone Viral, falls ihr Bock darauf habt, spielt es gerne und was wir heute noch so machen, schauen wir mal, da kommen jetzt noch einige tolle Titel für euch und wenn nicht heute, dann spielt es auch noch morgen, also lohnt sich auf jeden Fall. Wir dranbleiben, bis gleich! Wir dranbleiben, bis gleich! Wir dranbleiben, bis gleich! Wir dranbleiben, bis gleich! Vielen Dank.